Leute, was geht? Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde von SlimeRanger. Wir sind wieder am Start. Warte mal eben. So, willkommen zu einer weiteren Runde von SlimeRanger. Wir sind wieder am Start. Na, diese Folge handelt es sich um die Pfützen, die wir uns coolen. Ich wollte gerade schon sagen, Alter. Jetzt ist es gut, ne? Swin? Ja. So. So. Ihr habt auch wieder gekockelt. Ihr habt ziemlich gekockelt. So. Äh. Okay. 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 So. Wir haben jetzt 1600. Was jetzt ziemlich gut ist schon mal. Ich hab mir... Ich hab mir... Ich hab mir noch einen Gold-Slime irgendwo. Ich hab mich gefragt, ob man die auch, äh, züchten kann. Das wär natürlich ziemlich nice. Seid alle sind ziemlich zufrieden. Ja, ja. Ihr seid alle... Knallkuppen. Ach. Die sind alle Knallkuppen. Mhm. Ähm. So, ihr bekommt Futter 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 So, ihr habt ja alle gut gelaunt Ok Okidoki Uh, was ist denn hier los? So Dann einmal wieder hier die Knallplurts plotzen Komm rein damit So Ach, die sind ja beides, Karotten und Ach, okay, aber wer war denn hier? 6 Radioaktive und ein 14 Blur, ah, guck mal die Minzen Gut, aber ich Ah, warte mal Das ist, das ist, das ist, das ist Habe ich hier Habe ich noch Gibt's nicht, ne? Ich brauche noch, ich brauche noch, ich brauche einen auf jeden Fall für unterwegs So Falls ich einen Goldenen Slime finde, dass ich den damit füttern kann So Jetzt Mache ich mich mal auf den Weg Warte mal Ich kaufe hier mal eben Sprinterstiefel Tankost Energiemodul Jetzt wird's zwar gerade Nacht, aber was soll's Ich habe mal vergessen, die Karten zu aktivieren Das habe ich auch gemerkt Machen wir eben mal schnell Dann können wir uns auch direkt 14 Blur jetzt rollen Au Wann macht ihr denn hier? Apropos Hier ist der Oben geht's auch weiter Bitte Yummy 많이 aps kurz n n n n n n n n Komm zu mir! Perfekto. Uiuiui. Ach du Grüne, nur noch was in hier läuft. Oww! Okay. Wie deine Kapseln. Wie deine Kapseln. Das war's für heute. Dann geht's wieder zurück. Ach, hier ist auch wieder Tür. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Tja, leider gibt's jetzt nicht die heute bekannten klassischen. Das war's für heute. 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 So, und es gibt wieder Money in der Bank in der Hood. Das war's für heute. 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 Da ist's für heute. Tangier. Was ist da hinten? Wo sind wir denn jetzt hier? Wie ist es, wie ist es, wie ist es, wie ist es? Ernsthaft? 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 Das war's für heute. Was haben wir hier noch? Das schon alles war hier. Ja, sieht so aus. Ach, hier sind wir. Hey, da ist es um. Nein! Sehr gut. Ja, schauen wir. So. So. Oh, ja. Echt, vrochten mögen die nu. Ja, gut. Wir brauchen mehr Früchte. Sollten wir ein bisschen mehr Früchte anbauen. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. Nein! Nein! Oh, noch nicht mehr. Nein! 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 riecht ein stopps in der hauert riecht ein stopps in der hauert Was ist einer von euch? Anscheinend nicht. Aber die meinen jetzt nicht Huhn-Huhn, oder? Nee, denke ich mir nicht, dass die Huhn-Huhn meinen. Oder? Nee. Nein! Was ist denn mit dir? Strups-Huhn. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte mal. Denn noch hier ist so viele Hühner. Mal gucken, vielleicht gibt es hier eher Strups-Huhn. Strups-Huhn? Huhn-Huhn. Huhn-Huhn. Auch ein Huhn-Huhn. Huhn-Huhn. Schade. Kein Strups-Huhn. Ich hoffe, by the way, dass die Kamera-Pes-Äh-Kamera-Qualität jetzt eigentlich mal gut ist. Weil das sah an sich nicht so aus. In den Videos. Wenn sie halt nicht besser wird, muss ich die leider alles mal im Stein tun. So wie immer noch nach dem Goldenen. Das hat alles. Huhn-Huhn. Hühner. schuld für mich zum kürzeln bist du um seitlich müsste er hier auch die Kassen St ha ha ja ne auch jetzt auch das will wie groß ist das denn hier das ist wieder eine Tür wo ist denn der so einen dicken muss er hier wo noch gehen aber wo ist er im das steht nicht kapseln aufmacht holland her das war's Ach, das ist ein Steinhühler. Ein Knall-Miet-Lago. Alright, Bro. Ich versuche hier einen sehr guten Überblick zu bekommen, aber ich verstehe ja nicht, wo der sein soll. Also rein logisch betrachten, müsste der ja hier im Gebiet sein. Logisch betrachtet. Wie eine Kapsel. Energie, oh. Ah, stimmt, warte mal, hier geht's ja auch weiter, ne? Überall diese komischen Kackkapseln, ey, mein Gott. Genau, ich brauche ja jetzt, glaube ich, den Jetpack. Ist das nicht so? Das ist eine verdammt große Karte. Irgendwo muss ja hier auch dieser komische Döns sein fürs Aufdecken der Karte, ne? Muss ja auch hier sein, wenn man hier. Oh, Junge. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit meinen... Ich muss kies mal lieber nicht. Ich muss das nicht ernst. Ich muss das nicht ernst. Das ist noch einer. Hier ist einer mit dir? ab war er hier in die ja wo soll ich jetzt doch zu kommen also rein theoretisch könnte ich es die Redezeit noch versuchen hier und zu weiß ich was das für den Sinn machen soll ich halte nicht weiterkommen da ist ein Onyx Slime Aua Achso, hier gehts wieder komplett zurück Ach, scheiße Aber immerhin habe ich jetzt drei von den Pfützen Slimes Und jetzt gehts weiter Ich habe noch nicht mehr Ich habe noch nicht mehr Kaufe Ich habe noch nicht mehr und doch nicht easy ist es ja gar nicht Oh, 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 oh. 2 2 2 Energie schon mal sehr gut das Ist ja das Glipsing-Essen von euch, oder? War das nicht so? Oder war's von euch? Aua, das war mein Gesicht. Ja, danke. Ja, tschüss. Okay, Leute. Ich... Ich denke, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag tschüss, ob wir wieder sind, aber bitte play. Wir werden noch zu der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Sly Ranger. Haut rein!